Hi, ich bin Ania und ich werde Dschungelkönigin, weil ich sehr ehrgeizig bin und auch den Zuschauern zeigen möchte, dass es nicht nur die zickige Seite von mir gibt. Ich finde den Dschungel einfach eine mega krasse Erfahrung. Es ist mal was ganz anderes, einfach mal im Dschungel ausgesetzt zu sein, gucken wie man überlebt und das ist auch so ein bisschen Nervenkitzel und das treibt mich so ein bisschen dahin. Ich freue mich am meisten auf das Zusammenleben mit den anderen. Ich weiß nur noch gar nicht, wer dabei ist und ich bin gespannt, wer mit einzieht und wie so die Harmonie in der Gruppe sein wird.